Ich bin der Christoph, das da hinten ist die U13, das U ist Fausti Woll. Ein paar sind leider abwesend heute. Und wir sind von uns ein Kollege, dem Fabian Freisler, lederweise zu der Ice Bucket Challenge nominiert worden. Gerne. Wir werden die Herausforderung natürlich annehmen. Und ich ist Experte für eine Fußballmannschaft, wenn wir das richtig mit Kommando und mit einem super Oblauf machen. Fuschen, seid ihr bereit? Ja! Auf Kommando, Aufstellung! Umdrehen, hintereinander aufstellen. So. Für die Ice Bucket Challenge schladen. Übernehmen. Nein, 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 nein. Und der Erste auf Kommando. Wer ist der Erste? I! Du! Los! 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 Wir sind los! So schafft man es, was da schon immer nicht los wird! Wer hat die Nominierungen ausgelockt? Die Nominierungen aus U12 aus Sitzendorf und wir nominieren den Alfred Zwanzger. Den Code Reinhardt der U13 des USV Stuhl. Bitte!